Deswegen haben wir auch Larry and the Hedgeive eben nicht noch einmal gehört, aber ich könnte mir vorstellen, Sie möchten die gerne noch mal hören. Ja? Dann tun wir das doch einfach. Vielen Dank. Ihnen noch einen zauberhaften Abend. Erzählen Sie es weiter, wenn es Ihnen gefallen hat. Wenn nicht, dann schön, ne? Muss keiner wissen, ne? Alles klar. Schönen Abend, tolles Publikum. Vielen Dank. Viel Spaß noch. Larry and the Hedgeive. Tschüss. Vielen Dank. B-O-G-I-E 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 Vielen Dank.